Musik Ja, frohes neues Jahr wünsche ich dir nochmal, Steffen. Happy New Year, wir grüßen alle Fans und Freunde von Gabi Schlager Club. Und von Steffen Jürgens. Wir sind ganz frisch im neuen Jahr. Angekommen. Und wir wünschen euch ganz viel Gesundheit, ein erfolgreiches 2019 und ein schlagerreiches. Verdammt schlagerreiches Jahr, ne? Mit ganz vielen Auftritten. Du, Steffen, willst du mal so ein bisschen Resümee ziehen aus 1900? Ne, so weit wollen wir gar nicht zurückgehen. Du meinst mein Geburtsjahr, wohl es jetzt. Von meiner Geburt bis jetzt. Nein, 2018 reicht eigentlich, dass du so ein paar Sachen erzählst, vielleicht, die dir so richtig am Herzen liegen, was so toll für dich war, was einfach dich bewegt hat in dem Jahr. Ja, also bei mir hat sich ja gerade 2017, 2018 viel getan musikalisch. Ich habe ja eine längere Albumpause gemacht und dann das Album echt veröffentlicht. Und das lief einfach sensationell. Das hat mir einen richtigen Schub verpasst. Das war eigentlich das geschäftlich sehr, sehr Positive, was sich natürlich dann immer ein paar Jahre zieht, was aber auch die Messlatte etwas höher legt. Das heißt, ich möchte und will und muss am Ball bleiben. Dann hat sich 2018 natürlich auch privat viel geändert. Es war immer eine Berg- und Talfahrt, die jetzt glücklicherweise beendet ist. Ich habe ein bisschen zur Ruhe gefunden, bin jetzt angekommen sozusagen, endlich mal. Habe ich zwar schon öfter gemeint, aber jetzt spüre ich das auch. Und ich bin vor allen Dingen gesund durchs Jahr gekommen. Ich bin mit meinen Fans, mit meinen Freunden durchs Jahr gegangen, die mich getragen haben bei vielen, vielen Events. Und das waren für mich einfach so die Highlights 2018 auch. Und natürlich ein bisschen Fernsehen. Ich weiß nicht, ob jemand Ninja Warrior gesehen hat. Sensationell. Ich war der Älteste und auch der Schnellste. Also der Schnellste, der wieder draußen war. Ja, war wirklich nur eine kurze Einblendung eigentlich. Ja, aber das ist ja egal. Also mega wichtig, dass man auch TV hat, sowie auch Radio oder große Events, dass man eben halt bekannter wird. Und egal mit welcher Sendung, am Ende spielt die Musik eine Rolle. Und das haben wir ganz gut durchgekriegt mit unserer Werbung. Echt Stand auf dem Shirt, auch wenn das Shirt dann irgendwann nass war. Aber Sinn der Sache wurde erfüllt. Ich habe ja ganz böse Nachrichten bekommen. Von wegen, ob ich das nötig hätte. Ihr habt nicht verstanden, worum es geht. Werbung ist alles. Das hat dir auf jeden Fall Werbung gebracht. Und das war auf jeden Fall ganz nett und lustig. Auch wenn du nur kurz zu sehen warst. Ja, das war eine mega Erfahrung auch. Also mal vor so vielen Leuten zu wissen, dass irgendwie 2,4 Millionen Menschen vom TV sitzen. Und zehn vielleicht die CD kaufen, ist alles gut. Genau. 2018 war natürlich auch das Jahr, wo dein Album erschienen ist. Echt? Wie, sagst du, was sagst du darüber? Wie ist es angelaufen? Wie hat es sich entwickelt? Weil ein Album braucht ja meist immer so ein ganzes Jahr eigentlich, um wirklich Fuß zu fassen. Ja, bei uns ging das genau umgekehrt. Wir hatten ja mit Fieber schon eine erfolgreiche Auskopplung. Dann kam noch Sag Ihr Nicht. Sag Ihr Nicht. Der Song hat natürlich auch in vielen Radiostationen es bis in die Charts geschafft. Teilweise, glaube ich, sogar vereinzelt erste Plätze im Ausland und natürlich auch in Deutschland. Und dadurch hat das Album gleich am Anfang einen richtigen Schub bekommen und unerwartet. Dadurch kommen dann mehr Auftritte, dadurch kommt natürlich mehr Geld in die Kasse, was auch wieder ausgegeben wird. Dadurch kann man zwei, drei Jahre etwas ruhiger planen und das ist bei uns im Geschäft sehr wichtig. Also summa summarum ist das Album nach meiner alten Zeit als egal, jetzt das erfolgreichste Steffen Jürgens Album geworden. Und wenn wir da am Ball bleiben können und wenn alles so bleibt, wie es ist, ist alles gut. Ja, die letzte Auskopplung war ja der Eiffelturm, ne? Der Eiffelturm, genau. Den hatten wir noch zurückgehalten. Den haben wir nur als Bühnenverkaufs-CD, da war er mit drauf. Im Internet hat man ihn gar nicht gekriegt. Das war Absicht. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von dem Song, aber er läuft auch gut. Ich bin ganz zufrieden, aber ich habe jetzt natürlich schon meine neuen Produktionen, meine neuen Songs im Kopf. Und bin jetzt dabei, sagen wir mal bis einschließlich Februar, März, dann das Album echt auch abzuschließen. Also echt abzuschließen, weil nach anderthalb Jahren dann oder nach einem Jahr und zehn Monaten oder acht Monaten ist dann Zeit für was Neues. Und da bin ich ganz optimistisch, weil ich weiß, was wir in der Hinterhand haben und wir guter Dinge sind, am Ball das Level zu halten. Ja, Steffen, wie sind deine Pläne für 2019? Das ist ja jetzt gerade mal eine Stunde alt, das Jahr. Aber du hast doch mit Sicherheit dir schon ein paar Gedanken gemacht, wie du das neue Jahr angehen möchtest. Erzähl einfach mal. Na ja, wir wollen auf jeden Fall ganz, ganz viele Songs produzieren. Also wir sind ja fleißig im Musikstudio. Ich möchte mehr von zu Hause aus machen, damit die Fahrerei ein bisschen weniger wird, weil ich ja immer nach Burgau fahren muss und das gestaltet sich ein bisschen schwierig. Wobei ich natürlich mit Michi wunderbar zusammenarbeite. Das soll so bleiben, dass wir auch weiterhin für verschiedene Interpreten schreiben. Dann würde ich mir wünschen, dass es durch verschiedene Promotouren für neue Produkte ein bisschen mehr Fernsehen gibt, dass man auch mal auf natürliche Art und Weise ins TV kommt, nicht immer über Umwege. Da habe ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, das schaffen wir. Da sind wir ganz gut auf der Liste. Und dass wir dann neue Veröffentlichungen machen können, sprich neue Single, eine oder zwei Auskopplungen und dann schon das nächste Album präsentieren können. Dann freue ich mich natürlich auf die Fanspaßtage im März 2019. Ich freue mich auf mein Heimatkonzert im Juli. Es gibt ganz viele Events, glaube ich, jetzt schon über 80 Auftritte für 2019, 30 schon für 2020. Also können wir so ganz viel nicht falsch gemacht haben. Und immer wichtig, auf dem Boden zu bleiben. Ich bin froh und glücklich darüber, solche Freunde, solche Fans zu haben. Richtig bodenständige, ehrliche Menschen. Und dann können es ruhig ein bisschen weniger sein. Hauptsache, die sind echt. Das liegt mir am Herzen und dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, das sind doch tolle Sachen, die du da so dir vorgenommen hast, wo deine Gedanken schon hinschweben. Und wir wünschen dir natürlich von Schlager-Club ganz, ganz, ganz viel Glück und Erfolg für 2019. Natürlich auch über die Jahre hinaus, soll ja nicht dann enden. Aber bleib einfach so, wie du bist und mach gute Musik. Und wir werden immer weiter dich promoten und auf jeden Fall immer wieder gerne berichten. Ich werde es versuchen. Ich wünsche euch auch viel Glück oder ganz besonders dir. Du bist auch eine Kämpferin und hättest es verdient. Ja, und hast es verdient. Hast du ja auch schon eine ganze Menge geleistet. Und ja, wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder. War ein Fan. Einer von 1,2. Aber es waren heute hier, wir sind hier wirklich heute in Höhenöllingen im Korallenriff. Kultstätte. Das ist eine Kultstätte, wirklich. Und es war rappelvoll. Also es sind wirklich ganz viele Leute gekommen. Ich habe heute ein nettes Pärchen kennengelernt. Die haben gesagt, wir wollten jetzt den Steffen Jürgens das erste Mal live hören. Also ich fand das einfach toll, auch mal solche Leute kennenzulernen, die einfach sagen, wir kennen Steffen Jürgens gar nicht, aber wir lassen uns überraschen. Und die waren total begeistert. Ja, die sind auch zu mir dann gekommen nach dem ersten Auftritt und haben gesagt, herzlichen Dank, das war super. Wir haben dich jetzt kennengelernt, wir haben dich singen gehört. Und da bin ich überrascht immer. Aber da geht das Herz auf. Deswegen mache ich Musik und deswegen mache ich es auch gerne, weil es eben solche Menschen gibt, die mir dann auch mal ein Feedback geben. Und die Betonung liegt ja auf live. Also live ist das Wichtigste. Wir sind in der Pflicht, live zu singen, wenn wir nicht gerade krank sind oder so. Das haben die Leute verdient und das machen leider nicht alle Künstler so. Ich persönlich finde es eine Frechheit, weil solange man gesund ist und sich als Künstler oder als Sänger bezeichnet, sollte man auch live singen. Und wer das nicht tut, der gehört nicht in dieses Geschäft. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch einen schönen restlichen Abend. Den werden wir nämlich jetzt ein bisschen feiern. Das machen wir. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Hallo liebe Weltenbummler. Mein Name ist Steffen Jürgens. Und ich möchte einfach mal Dankeschön sagen an meine treuen Fans. Dankeschön auch an Gabis Schlagerclub. Ihr habt mir über die Jahre die Treue gehalten. Und ich wünsche euch ein gesundes, ein erfolgreiches, ein liebevolles, ein sensationelles 2019. Und darüber hinaus. Also wir machen die nächsten zehn Jahre noch weiter. Herzlichen Dank. Bleibt schön gesund. Und bis dann. Auf bald. Euer Steffen Jürgens. Ciao. 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 Die will ich leben, die mein Leben geben. Ach, schwarz, was für du hier rum? Du kannst meines Herz aus dem Geschenk erfüllen. Und schwarz, du bist ja für mich da. Du schließt durch meine Arten und alles ist wahr. Du bist hier schon, der mich weh. Der wieder schwangelt und sich legt. Wie einen Deckel, die mich wärmt. Wenn ich schon fast nur vorlängst. Du bist die Entscheidung in der Nacht. Aber keine Ausgeschwählen war. Du bist die Zeit, die schieben bleibt. Mit dir ist Leben endlich klar. Du bist ganz einfach, was ich kann. Ich bin ehrlich auf, was ich kann. Untertitelung des ZDF, 2020